Uns wurde alles genommen. Alles, was uns am Herzen gelegen hatte und was für ein Menschen von Wert gewesen war. Sie nahmen unser Land, stahlen das Vieh, schlachteten unsere Familie, beschmutzten unsere Ehre und darüber hinaus nahmen sie uns. Die Freiheit. Doch nun ist es soweit. Die ehemals freien Völker Avanors erheben sich, sammeln sich, um diesen einen machtergreifenden Feind zurückzuschlagen. Denn die Zeit des Widerstands ist gekommen. Hilf uns! Du bist! Ich bin es! Ine. Ich bin es! Ine. Ine. Im.